Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Ich bin der Marcel Clementi und in diesem Video zorge dir heute 5 Übungen für deine tägliche Routine gegen Rückenschmerzen. Bevor wir starten, würde ich dich bitten, diesen Kanal zu abonnieren für weitere kostenlose Videos zu den Themen Yoga und gesünder Leben. Das ist heute keine gemeinsame Yoga-Einheit, sondern ich zeige dir ganz schnell, wie du diese einfachen Übungen wirklich jeden Tag und überall in deinen Alltag einbauen kannst, um glücklicher zu sein und um dich wohler zu fühlen. Falls du mehr über mich erfahren willst und meine Angebote, dann einfach auf Instagram oder auf meiner Webseite. Der Link ist in der Videobeschreibung und dann würde ich sagen, los geht's. Übung Nummer 1, die dir nur von Herzen empfehlen kann, ist Katze-Kuh. Das heißt, du startest in einem Vierfußstand, die Finger sind gespreit, die Arme schulterbreit, Beine hüftbreit und dann die Bewegung der Wirbelsäule von der Lordose in die Kyphose, also vom Hohlkreuz in den Rundrücken. Versuch da deine Atmung mitzunehmen, also immer mit der Einatmung Becken kippen, Brust heben und der Blick nach oben und mit der Ausatmung hin zur Brust und die Arme fest durchstrecken, wirklich rausdrücken aus den Armen und dann spürst du eine angenehme Öffnung zwischen den Schulterblättern. Die nächste Übung ist eine Vorbeuge, weil viele Schwierigkeiten haben, nach vorne zu beugen, mit einem geraden Rücken und die Zehen zu berühren, würde ich dir empfehlen, das Ganze im Stehen zu machen, also einfach ein hüftbreiter Stand, ca. eine Länge vom Fuß, die Knie gerne beugen, das nimmt den Druck aus den Gelenken und einfach nach vorne hängen. Die Dauer dieser Übungen würde ich empfehlen zwischen ein bis zwei, vielleicht sogar manchmal drei Minuten, je nachdem wie viel Zeit du hast und wie motiviert du bist, eine Minute mal fünf, fünf Minuten hat wirklich jeder Zeit, jeden Tag, also keine Ausreden mehr. Einfach hängen, die Arme locker, du kannst die Ellbogen halten, Kinn zur Brust und an einem verlassener Position die Knie beugen und langsam wieder hochrollen. Die nächste Übung, die wir machen oder die ich dir empfehlen würde, wäre in einen Schneidersitz zu gehen, das muss kein wunderschöner Schneidersitz sein, Hauptsache du sitzt, also auch wenn es so ausschaut, ganz egal, da gibt es ein extra Video, Tipps für den Schneidersitz. Da geht es jetzt darum, dich zur Seite zu stretchen, also eine Hand neben dir platzieren und den Arm weit über den Kopf strecken, streck den Arm ganz durch, nicht nur so larifari, sondern wirklich komplett durchstrecken und dann bring den Bizeps zum Ohr, um ihn nach hinten zu ziehen, nicht so nach vorne, sondern wirklich schön den Brust- und Schulterbereich öffnen und achte darauf, dass der Hintern nicht in die Luft geht, sondern dass du schön auf der Matte bleibst. Dasselbe auf die andere Seite, entweder 30-30 oder beides eine Minute, so wie es für dich angenehm ist. Die nächste Bewegung der Wirbelsäule ist eine Drehung, auch das ist super wichtig und löst Verspannungen im unteren Rücken. Du kannst es entweder auch im Schneidersitz machen, aber da der Schneidersitz manchmal sehr fordernd sein kann, streck die Beine aus, du winkelst ein Knie zu dir an und lässt da eine Handfläche Abstand, also nicht die Füße zusammenstellen, sondern eine Handfläche Abstand, damit beide Oberschenkel gerade nach vorne gehen, den ausgestreckten Fuß von dem ausgestreckten Bein spannst du zu dir an und dann drehst die nach hinten. Das heißt, linkes Knie ist bei dir, dann ist die linke Hand hinter dem Rücken, einatmen, recht Arm hoch und mit der Ausatmung entweder den Ellbogen auf der Außenseite platzieren oder einfach nur den Arm herumschlingen und dann über die Wirbelsäule drehen. Es ist nicht ganz richtig, wenn du nur den Kopf drehst, sondern die richtige Drehung beginnt unten am Bauch, dann drehst du die Brust, dann die Schultern und als letztes der Blick über die Schulter. Langsam wieder vor und auch da dasselbe auf die andere Seite. Das heißt, wir haben drei von vier Bewegungen in der Wirbelsäule, Vorbeuge, Side-Stretch, Drehung, uns fehlt nur noch die Rückbeuge, dafür leg dich dann auf den Rücken, schau, dass die Fersen unter den Knien platziert sind und dass deine Oberschenkel parallel bleiben. Die sollen nicht nach innen fallen, nicht nach außen, die Fersen nicht so weit weg und auch nicht ganz bei dir, sondern parallel Fersen unter den Knien. Hände links und rechts neben dir nach unten auf die Matte und an den Hintern hochdrücken. Wenn du willst, kannst du die Finger unter dem Rücken verschränken, schön das Gewicht auf die Schulterblätter bringen. Kein Druck im Nacken, das sollte angenehm sein beim Nacken. Und dann die Hüfte hochdrücken, könntest du sogar die Fersen noch ein bisschen lösen von der Matte, um noch höher zu kommen und dann langsam wieder nach unten. Somit hätten wir alle vier Bewegungen der Wirbelsäule eingebaut. Ich hoffe, dir tut es gut. Denk dran, du bist für deine Gesundheit verantwortlich, also nimm das Ganze ernst. Falls du Lust hast, mehr über Yoga zu lernen, dann schau auf meine Webseite. Dort gibt es viele Möglichkeiten, mehr über mich und Yoga herauszufinden. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder auf der Yogamatte zu einer gemeinsamen Yoga-Einheit. Alles, alles Liebe, feines Dagele nur und Peace, bis zum nächsten Mal. Mach's gut.